Die FDP plant die Senkung des Bürgergelds um 30%. Unglaubliche Forderungen und Ideen der FDP. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater und ich betreibe den Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen und auch den YouTube-Kanal von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, was ich am Wochenende da lesen und sehen durfte, treibt mir die Zornesröte in das Gesicht, meine Damen und Herren. Es ist unglaublich, was die FDP zu Lasten der Ärmsten in diesem Lande hier vorhat. Ich zeige es Ihnen gleich, wir gehen sofort rein. Es ist sozusagen nichts, was ich erfunden habe, sondern es steht auf der Internetseite der FDP und zwar unter dem Slogan Jetzt oder nie oder now, jetzt oder gar nicht, wie auch immer. Die FDP propagiert ja sozusagen wahrscheinlich unter dem Hintergrund, dass sie die nächsten Landtagswahlen wahrscheinlich nicht gewinnen wird und an der 5%-Hürde scheitern wird, propagiert sie jetzt hier eine neue Wirtschaftswende in Deutschland. Das ist weder eine Frage des Ob noch des Wann. Es sei jetzt das entschlossene Handeln notwendig. Und das geht natürlich nur mit der FDP. Deutschland hat dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Meine Damen und Herren, die FDP will hier bessere Arbeitsanreize setzen. Sie will weniger Bürokratie, weniger Steuern und Abgaben. Finde ich alles gut. Und sie will stabile Finanzen haben. Aber jetzt geht es natürlich sofort wieder in die ganze Geschichte der Armen rein. Und klar ist, die FDP propagiert sich oder profiliert sich als Steuersenkungspartei. Das ist auch wirklich das Einzige, was die können, meine Damen und Herren. Wer hat die schon gewählt? Nur ein paar. Also nicht die gesamte Bevölkerung hat die FDP gewählt. Aber sie haben offensichtlich so viel Macht, dass sie so viel soziales Unheil anrichten können. Ich will Ihnen das einfach nur mal zeigen, wo hier der Hammer hängt bei der FDP. Und zwar, wer Wachstum will, muss Arbeitskräfte mobilisieren. Das ist auch ganz toll, liebe FDP. Da kommst du jetzt damit. Hast 25 Jahre vorher auch schon Zeit gehabt. Die FDP will die Rente mit 63 abschaffen. Auch hier wieder fachlich völlig unqualifiziert. Die Rente mit 63 meint die FDP langjährig Versicherte. Nein, meine Damen und Herren, das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die die FDP abschaffen möchte. Sie hat ein Problem damit, dass 241.000 Menschen im Schnitt pro Jahr seit Einführung dieser Rente in Rente gegangen sind. Die FDP meint natürlich seit dem 1.07.2014. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es ja seit dem 1.1.2012. Und der Hammer ist, die FDP will die Sanktionen im Bürgergeld verschärfen. Das heißt also, hier müssen schärfere Sanktionen ran. Die wollen 30 Prozent weniger haben für Arbeitsverweigerer. Meine Damen und Herren, schauen wir uns mal die totalen Zahlen an. Es ist ein Minimum von denen, die ehrlich sind im Bürgergeld von den 5,5 Millionen, sind es ganz, ganz wenig. Ich glaube 14.000 oder 15.000, die im Jahr die Arbeit verweigern. Und da will natürlich die FDP sofort ran und will sagen, Mensch, hier müssen wir was machen. Das hört sich natürlich toll an. Damit will die FDP auch Stimmen fangen, meine Damen und Herren. Und dass sie da auch auf die Asylbewerber drauf will, ist auch ganz klar, meine Damen und Herren. Das ist im Grunde genommen alles wirklich altbackener Unfug, den die FDP hier anbietet. Letzten Endes ist das Sozialstaatabbau vom Feinsten. Meine Damen und Herren, ich finde es eigentlich, ist es unter aller Kanone, das, was die FDP hier anbietet. Und deshalb kann ich einfach nur sagen, rufen Sie wirklich nach, ob das die Partei ist, die man wirklich noch wählen kann. Ich, meine Damen und Herren, gebe hier eine Wahlempfehlung ab. Ich werde auf keinen Fall die FDP wählen. Sie ist eine Sozialstaatsabbaupartei und ist eine Klientelpartei für die Reichen und die Superreichen in diesem Land. Und sie will letzten Endes an die Rente und an das Bürgergeld der Armen ran. Näheres zum Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de oder auf dem Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und die Spat an dochpeace dib Mitle CAN Career und ja